In diesem Video gehen wir auf die Programminformationen ein. Um die Programminformationen aufzurufen, begeben Sie sich bitte auf den Menüpunkt Hilfe, Programminformationen. Alternativ können Sie die Programminformationen auch direkt mit dem Tastenkürzel F12 aufrufen. Innerhalb der Programminformationen werden Ihnen wichtige Informationen zu Ihrer installierten Software angezeigt. Hier sehen Sie zunächst, welches Derivat Sie nutzen. Ob zum Beispiel lediglich die Buchhaltung, die Auftragsbearbeitung, eine Comfort- oder eine Professionellösung. Darunter wird Ihnen die Anzahl der auf Sie lizenzierten Arbeitsplätze angezeigt. Ebenfalls wichtig ist die Information der aktuell installierten Version bzw. des Releases. Dieses entnehmen Sie der Ausgabe. Im mittleren Bereich werden Ihnen Daten zu Ihrem Mandanten angezeigt. Zum einen den Namen, um welche Versteuerungsart es sich handelt und in welchem Wirtschaftsjahr Sie sich aktuell befinden. Informationen zum registrierten Anwender sehen Sie in der untersten Zeile. Verlassen Sie die Programminformationen über die Taste Escape oder klicken Sie einfach in das Fenster hinein.